So, damit alle so Zwerge super ausgerüstet sind. Gully. Zwei Steine hier. Die Steinmauer hier ist gleich fertig. Jedenfalls der Anfang davon. Wie machen wir weiter? Das da muss weg. Genau da, wo du draufstehst. Das muss weg. So. Die Fackel könnte weg. Dafür könnte da wieder ein Dirt hin und darauf noch eine Mauer. Und dann muss das eigentlich erstmal reichen. Wo läufst du dahin? Das hast du vor? Collecting Resources. Nee, das machst du mal bitte nicht. Du gehst einfach mal nach Hause. Ich glaube, der wollte da den Apfel holen, oder was soll's? Genau. Runterklettern, weglaufen, 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 weglaufen. So, unsere Zwerge haben nichts zu tun. Das geht schon mal gar nicht. Dann porten wir euch mal. Porten wir euch mal hin. hier oben hin. Hier oben hin. So, dann mach das hier weg und das da. Das da, das da, das da. Das da. Das da, das da. Und das da. Ich hoffe, keiner läuft. Nee, schaut gut aus. Das kann noch weg. Da kann Dirt hin. Die schaffen das nicht, durch zwei Blöcke durchzukommen. Und da oben können wir jetzt endlich unsere Dirt-Decke hinsetzen. Dafür brauchen wir allerdings auch ein Portal. Da hin. Und wo wir gerade hier sind, können wir den Baum auf unserem Dach fehlen. So. Warum ist das Portal weg? So. Oh. Das ist komisch. Ich kann anscheinend nur ein Portal im Einzugsgebiet unseres Totems bauen. Da oben steht es nicht so gut, weil wir dann nicht die anderen Portale benutzen können. Das heißt, irgendeiner von denen wird jetzt versuchen, zu Fuß zu Hause nach Hause zu laufen. Nein, sehr gut. Okay. Das, 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 das. So. Mehr Stein. Das ist verwirrend hier mit dem, hier oben hin. Oh, die kommen vielleicht doch durch. Das ist nicht so gut. Baut nochmal da Stein. Stein. Und vergesst die ganzen Aufträge hier hinten. Einfach nur nach Hause und Steine da hinten hinbringen. Komm, 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 komm. Nein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Geh, 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 du. Weg da. Der hat uns sabotiert. Das geht ja mal gar nicht. So. Ah, die sind weg. Das war nicht schön. So, und da muss jetzt ein Stein hin. Viel Spaß, wie auch immer man das machen muss. Ich gebe dir da im Wasser ein Portal für. Wollen sie schon mal nicht machen. Okay. Da und da dorthin. Das heißt, wir müssen da jetzt absichtlich ein Dirt hinbekommen. Oh, ne, eine Brücke. Aha. Wo ist unsere Brücke? Ja, 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 Brücke. Da. Da eine Brücke hin, damit unsere Jungs Was zur Hölle macht ihr da? Achso, Schnecke töten. Okay. Oh, und Schleim, okay. Baut bitte da eine Brücke hin. Damit wir da den Stein hinbauen können und alles gut ist. So. Du hast deinen Stein dabei. Warum legst du den Stein da nicht wieder hin? So, ich probiere noch ein bisschen mit den... Ah, wir haben fast kein Mana mehr. Pilz da um, Pilz da um. So, was haben wir noch an Forschung? Wir brauchen die Schleimfackel irgendwann mal. Wir brauchen planken. Planken müsste leicht sein. So, 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 so. Planken, planken, planken. Fast kein Holz. Kein Seil. Wo ist Seil? Warum können wir kein Seil bauen? Schießen. Für Seil brauchen wir Bucket. Bucket. Keine Planken. Müssten wir gleich haben. Sobald sie gesiegt wurden. Warum? So, du gibst jetzt einen Stein ab. Holst jetzt einen Stein. Legst ihn da hin. Sehe ich das richtig? Sehr schön. Na gut, wenigstens haben wir da eine Mauer. Dann brauchen wir noch hier ein Dirt, um das gleiche Spiel zu machen, wie da drüben. Ja. Und ihr, ihr wollt da nicht zurücklaufen. Ihr wollt da nicht zurücklaufen. Ihr wollt da nicht zurück... Komm, geh hoch. So, release. Du. Take control. Auch weg. Geh. Genau. Release. Okay, was noch? Das kann alles weg. Das kann ausgehoben werden. Das kann hier alles weg. Das da kann nicht weg, aber das da kann weg. Oh, und da ist schon so ein... Warum bist du denn jetzt schon da? Du sollst doch erst in 24 Minuten kommen. Das ist nicht so schön. Das ist unsere Forschung. Forschung sagt, wir können gleich ein Bucket bauen. Die Planken brauchen noch Zeit. Da sind die Planken an der Arbeit. Sehr gut. Und die Schnecke muss leider auch sterben, weil wir brauchen den Schleim für... Die da. Schleim. Knochen. Knochen. Bauen. Und gleich irgendwo platzieren, damit wir die Forschung bekommen. So. Machen wir mal hier. Hier. So. Was noch? Was noch? Holz ist langsam alle. Ich würde echt gerne da oben ein Portal hinbekommen, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Das heißt, wir müssen einfach woanders ein Portal hinbringen. Zum Beispiel hier. Hier ist doch ganz viel Essen. Wie ich meine, Zwerge kennen, werden nämlich bald Hunger haben. So, der Baum kann auch noch weg. Der Baum kann nicht weg, aber der und der. Da ist schon eins. Under attack. Nur fake attack. Okay. Und hier auch noch ein Portal hin. So. Planken werden gebaut. Planken werden nach Hause gebracht. Was sagt der Tech Tree? Tech Tree sagt, wir könnten jetzt einen Pot bauen. Bräuchten wir nur drei Eisen für. Eins. Zwo. Drei. Bauen. Jetzt könnten wir Mixed Green Salad. Mischen. Da brauchen wir Äpfel für und Lies. Wir haben Äpfel. Wir haben Lies. So. Ganz viel Essen. Kämpfeuer. Wir haben kein Holz. Okay. Holz. Holz. Irgendwie. Zwerge sind hungrig. Dann sollten sie was essen. Verdammt nochmal. Das Problem hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Dass wir allen nicht genug Essen in unserem Dingens hatten, aber es von unseren Zwergen nicht anerkannt wurde. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Wir machen das da weg. Nee, stopp. Essen muss die Mauer hier stehen. Wir machen einen Verbindungsgang hier rüber. Oh, ist das kompliziert. Einen Verbindungsgang da rüber und dann ist das Ganze hier in dem Haus mit drin. Vielleicht nehmen sie sich nur Essen, wenn sie das im Haus haben. Mili-Buch. Das benutzen wir auch gleich mal. Unser erster Zwerg. Mili-Jus. Hunter-Jus. Craft. Campfire. Okay. Kohle. Kochtopf. Oh, oder das Campfire muss in unserem Lager sein. Das wird auch einigermaßen Sinn machen. Campfire. Äh. Da. Neben unserem Token. Wo ist das Essen? Ich bin einfach Hunger. Ja. So. Dirt ist da. Neun Dirt dahin. Und wenn ich nichts zu tun habe, baut hier bitte noch ein bisschen Dirt hin. Das kann noch abgebaut werden. Der Pilz brauchen wir nicht. Jedenfalls erstmal nicht. 20 Minuten noch bis die Welle kommt. Da, 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 da. Wir haben nur zwei Mana. Das kriegen wir nur alle fünf Minuten oder so. Das ist krass. Craft, was haben wir noch? Campfire Complete. Stuhl braucht mehr Holz. Grill Steak. So, 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 so. Also haben wir jetzt 20 Salate und Grill Steaks und alle meckern trotzdem, dass sie Hunger haben. Also jetzt hoffentlich nicht mehr, weil wir das dann da haben. Machen wir mal gucken. Wieder ein Fake Attack. So, Dirt ist da. Also kann hier ein Stein rauf. Und der kann später weg. Und ich hoffe, das Zeug kann nicht benutzt werden. Ähm. Also wenn jetzt einer hier hochklicken würde, dass er einfach hier lang geht und da rauf springt und da weiter geht. Äh. Ich denke, das ist glatt so. Das heißt, wir müssen das eh voll weg machen und wir müssen die Dirtwand dahinter weg. Weg machen. Ah, nee, so schön. Und ich probiere jetzt noch was aus, auch wenn es viel Mana kostet. So, Mana ist weg. Kein Portal. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Und unsere Zwerge laufen hier zurück. Ja. Ich glaube, damit habe ich meine Zwerge gerade umgebracht. Nein, die essen wenigstens hier die Äpfel auf. Ich hoffe mal, dass die dann stark genug sind. Take Control. Stark genug sind, die Goblins umzubringen. So. Tötet den Goblin. Jo, alle zusammen raufknüppeln. Erste fliegt. Komm schon. Erster von uns ist tot. Zweiter von uns ist tot. Du bist geflogen und hackst jetzt einen Baum ab. Sehr schön. Das lief nicht gut. Und da kommen die Untoten, aber die kommen nicht durch Treibende durch. Was macht der da mit dem Essen? Irgendwas ist da nicht gut. Ich glaube, der mag das nicht, dass die Tür da ist. Remove Campfire Kitchen. Jetzt bugt er zwischen dem Entfernen davon und ja. Also der Spiel hat doch noch ein, zwei Bugs. Aber es ist zu erwarten, ist ja noch all von alles. Hoffen wir mal, dass die schnell gefixt werden. Ich denke mal, man sollte das Ding einfach nicht neben einer Tür platzieren, sondern irgendwo wirklich links und rechts Platz ist. So, nächster Zwerg kommt in vier Minuten. Feinde kommen in 18 Minuten. Oh, es ist gar nicht verbuggt. Doch, ist es. Oh, oder deren Skill ist nicht hoch genug. Das kann natürlich auch sein. Ja, komm, bau das ab, bau das. Geh, 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 einfach nach. Take control. So. Hoch, hoch. Gib das doofe Kämpfer ab. Feißen. Untertitelung des ZDF, 2020